Hallo Freunde, Zeichnetterhaltung, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft, Let's Play Industrial Craft 2 mit Buildcraft. Es ist ein paar Tage her, wir werden heute ein ganz kurzes Let's Play machen. Es soll mal gehen um eine Maschine, die eigentlich nicht so oft verwendet wird, die aber gerade vielleicht in der Anfangszeit, wenn man anfängt, ein bisschen mehr Energie zu speichern Sinn macht oder auch dann Sinn macht, zum Beispiel in Kombination mit dem Kinetic Water Generator aus der letzten Folge, wenn also der Energieinput unregelmäßig ist, auch vielleicht in Kombination mit den Solarzellen. Und zwar soll es uns gehen heute um den Electrolyzer. Ich habe ja das Rezept schon. Wir nehmen vier Insulated Copper Cables, zwei Empty Cables und eine Basic Machine Casing. Wie immer werden wir einmal das Ganze bauen. Und dann wechseln wir in meine Creative World. Und da zeige ich kurz, was das Gerät macht. Da haben wir den gebaut, den Electrolyzer. Er ist vor den Herstellungskosten, wie man gesehen hat, relativ günstig. Und wofür braucht man den, wie nutzt man den, das sehen wir uns gleich an in meiner Creative World. Bis gleich. So, und da sind wir wieder in der Creative World und eine kurze Präsentation. Was macht man mit dem Electrolyzer? Elektrolyse, wer das kennt oder nicht kennt, einfach mal bei Wikipedia nachgucken. Das hat was mit zu tun mit Energiespeicherung oder eher Umwandlung von Sauerstoff und Wasserstoff und Wasser. In Minecraft wird es dafür genutzt, um quasi Energie zu speichern in Wasserzellen. Das Ganze sieht wie folgt aus. Man hat in der Regel eine Energiespeicher, zum Beispiel die MFSU oder auch einen Battery Pack. Das geht mit allen. Und man baut daneben quasi einen oder mehrere Electrolyzer. Der Electrolyzer hat immer nur Zugriff auf einen Energiepack. Also selbst wenn wir jetzt hier noch einen MFSU daneben stellen und noch einen Battery Pack und so weiter. Er wählt sich immer das erste gültige Ziel aus, von wem er sich quasi Energie holt. Und das Interface sieht wie folgt aus. Es gibt einen Bereich, da packt man Wasserzellen rein. Wenn man das automatisiert machen will über zum Beispiel Buildcraft, kann man das machen, indem man die Rohre also oben oder an den Seiten befestigt. Und wenn man die zweite Ware, nämlich die Electrolyzed Water Cells, entfernen möchte, dann macht man das Ganze mal, indem man also unten ein Ohr befestigt. Und was passiert nun? Das ist ganz einfach, sobald diese Energieeinheit, die angeschlossen ist, über 70% Energie hat. Also es wird geladen quasi über 70%. Dann fängt der Electrolyzer also an, Energie abzuziehen. Und mithilfe von 20.000 Energieeinheiten, das glaube ich, wird dann eine aus einer Water Cell, eine Electrolyzed Water Cell. Und wenn der angeschlossene Speicher dann unter 25% hat, glaube ich, oder 20% Energie hat, dann kehrt sich dieser Prozess um. Dann wird quasi diese Energiezelle umgewandelt wieder in eine normale Wasserzelle und gleichzeitig wird also Energie abgegeben an die Speichereinheit. Wofür macht man das? Na, zum einen hat man jetzt die Möglichkeit, man kann diese Electrolyzed Water Cells einfacher transportieren. Man kann also zum Beispiel, wie gesagt, hier unten einfach so eine Transport Pipe ranpacken und das aus mehreren Bündeln und dann weiter entfernt, weil das meistens günstiger ist, als jetzt die Stromleitung herzustellen. Kann man also diese Electrolyzed Water Cells irgendwo hin transportieren, dort wieder einen Electrolyzer packen und dort wird quasi die Energie wieder abgegeben. ist also so eine Art, ich sag mal, Energietransporteinrichtung. Oder man kann zum Beispiel in Kombination, ich hatte es ja schon gesagt, mit dem Kinetic Water Generator oder der Solarzelle oder gelegentlich auch mit dem Windgenerator, kann man also zum Beispiel, wenn jetzt sehr unregelmäßig Energie produziert wird und es gibt einzelne Spitzenzeiten, dann zum Beispiel, bis das hier vollgeladen wird, während der Spitzenzeit, in der Zeit wird automatisch außerdem der Electrolyzer angeworfen und wenn dann also gerade keine Energie produziert wird und das Niveau des Speichers fällt dann also langsam unter diesen kritischen Wert, dann wird quasi die, in Anführungszeichen, gespeicherte Energie wieder in den Kreislauf gepackt. Genau, dafür kann man das eigentlich nutzen, ob man das will oder nicht, hängt ein bisschen von den persönlichen Vorlieben ab. Wie gesagt, der größte Vorteil ist noch die Transportmöglichkeit. Was jetzt den Energiespeicher angeht, den quasi Überschuss zu speichern, da macht es, glaube ich, nur Sinn in der Anfangszeit, denn, wie gesagt, der Electrolyzer ist relativ günstig, auch die Wasserzellen sind relativ günstig. Das heißt, man kann im Prinzip die Speicherkapazität von einer so einer Einheit, hier Speichereinheit, nochmal etwas erhöhen, indem man Energie dann also auslagert in den Electrolyzer. Ist ein bisschen günstiger als hier immer Energiekristalle oder Labrotronkristalle oder Diamanten zu benutzen. Und jetzt sehen wir hier, da sind jetzt keine Zellen mehr drin, deswegen ist das Ding ausgegangen. Also man kann günstig quasi den Speicher erweitern. Was man dazu allerdings wissen muss, wenn diese Energie wieder umgewandelt wird, aus dieser Electrolyzer Water Cell geht ein bestimmter Prozentsatz an Energie verloren. Das heißt, es ist keine 1 zu 1 effizient, dass man das einfach auslagern kann, die Energie, sondern es kostet halt ein bisschen Energie, das sollte einem bewusst sein. Und die Effizienz hängt ein bisschen davon ab, welcher Energiespeicher hier angeschlossen ist. Bei der MFSU besteht eine 90% Energieeffizienz. Das heißt, ich packe also 20.000 Energie rein, um diese Electrolyzer Water Cell zu erzeugen. Und wenn ich das wieder umwandle, kriege ich dann also 90% davon wieder an Energie zurück. Das sind dann, weiß ich nicht, 19.000 oder 18.000 müssten das sein. Genau, also ich kriege nicht so viel Energie zurück, wie ich quasi rein investiere. Das ist natürlich gerade dann allerdings kein Problem, wenn man jetzt eine erneuerbare Energie angeschlossen hat. Also zum Beispiel den Kinetic Water Generator, wie gesagt, oder den Wind Generator oder Solarenergie, weil die Energie ist ja unbegrenzt vorhanden. Und wenn es jetzt also darum geht, hier weiter Transportwege zu ersparen mit Starkstromkabeln oder Ähnliches, ist das halt eine günstige Alternative. Ich selbst benutze den nicht, weil ich lieber die Kabel lege. Mittlerweile habe ich ja hier auch diesen Materieerzeugungsgedöns in meiner Spielwelt am Laufen und kann mir also die Kabel da auch direkt quasi rausholen, wenn ich mir die einzelnen Ressourcen nicht zusammenfarmen will. Aber vielleicht hilft es euch ja bei irgendeinem Projekt oder ihr sagt, okay, cool, jetzt habe ich eine Möglichkeit, was über weitere Strecken zu transportieren. Und wenn es irgendwelche Fragen dazu gibt, einfach in die Kommentare lassen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Let's Play bestimmt auch wieder mal zu Industrial Craft 2. Bye.